Yo und damit Willkommen zu Open Hexagon 1.6 Meine Fresse hat das ein Video mit Frams von fast 1000 Naja, jetzt mal eingeben Wollte ich mal sagen, starten wir das Mehrere Level Nimm aber mal das zuerst Oh, ich hätte mal, glaube ich, den Sound leiser machen müssen Shit Weil das verdammt laut ist Aber geile Mucke Die Fettstypen mehr als bei Superhexagon Finde ich Ach, auf A Geht ja auch Meeow 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 Ich glaube, das ist ein Tool, ne? Das ich gleich voll verkackt habe Mist Ja, das ist ein Tutorial Ja, das ist ein Tutorial Ein Tutorial Ich laber hier wieder ein Mist Ich sollte mich mehr konzentrieren auf das Spiel Achja Ja, Regenbogen ist klar Nicht mal das einfachste Level Ich habe hier Ich habe das auch schon mal angetestet gehabt Habe ich das geschafft? Na, da stand mein Name nur nicht, weil ich das wieder gelöscht habe Ja Ah Mann, Mann, Mann So Neung, 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 neung Du, 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 du Mann ist das knapp vorbeigegangen Nein, mein Bildschirm geht gleich aus Scheiße Oh, das war das Tutorial Yay Das ist das Ende Das Tutorial Jetzt geht es nochmal Was für Kreise Mist Und du dagegen kommst Boah, und das Bewegt sich zu schnell Also Der Pfeil Warum kann das immer passieren, dass man zu weit geht Yay Achja Andere Richtung Brummkreise Brumm Achja Die Macher von Hexagon Und die Macher hier vorne Ich weiß gar nicht, ob das die gleichen sind Sind doch voll bedeppert Meine Güte Yay, ich habe es geschafft Yay Ich habe es geschafft Äh Ach Ich kann das umstellen Multiplayer Ich mache hier einfach mal Scheiße Was ist das denn für Dreck Heftig Meine Fresse Level 2 Time 7 Wow Voll die geile Musik dazu Du Du Oh nö Ach du Scheiße Ey Das Spiel ist ja krank Aber ehrlich gesagt auch geil Ich glaube ich werde ein paar Parts mehr davon lachen Ja Das Nein Komm Open Hexagon Was ist wenn ich das so mache Wow Ach du Scheiße Ach das ist die Schnelligkeit Ach das ist die Schnelligkeit So jetzt kapiere ich das Nein Hehehe Hehehe Oh Mann ey So Nimm ich mal das 025 Wow Jo Jetzt ist das etwas langsamer Das war ja extrem schnell Fand ich zumindest Oh Oh Die Mucke passt echt zu dem Game Oh Mann Das ist richtig Level spielen Wow Wenn die Maus zu weit fliegt Dann ist das Scheiße So Wow Boah Mist Nein Hehehe Das ging zu weit eben Äh Dann haben wir noch Das hier Du 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 Wow Auch nicht grad Langsamer als dieses eine Eins da Wow Hier verliere ich wieder Sage ja Hehehe Open Hexagon Ja die sind auch alle so WTF Wow Ich Teste das mal Haha geil Wow Mann Wow 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 Scheiße Krank Aber echt krank Hehehe Die Maus Also der Pfeil bewegt sich zu langsam Nein Kaum nochmal Du 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 Haha Krank Das gibt's echt geil krank Games Ach komm du mich auch Ich übertreib mal gleich Komm 1,25 stand da eben Wow Nein Was 1,5 Wow Hm Hehehe Nochmal komm Wow Wow Ne Das schaff ich gar nicht mehr Hehehe Komm Ach du Ach du Ach hier kannst du sogar einstellen Komm Was Wollt das denn eben Nein Das Oh ich fand Zips aber ich hab nicht gesehen dass das so war Ich spiel das mal auf normal Oh man So Jetzt wird's aber was Hm Hehehe Aber echt die Mucke ist wirklich geiler als bei Superhexagon Hehehe Nein Nein Ach komm Das ist wenn ich Geh das? Jo Achso Das landet dann immer mit denen nur Okay Machen wir mal gleich das Hm 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 Du 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 Ach komm Du mich auch Kannst mich mal Bei ihm voll die falsche Richtung Deswegen bin ich vorher abgekackter Wow Nein Hehehe Kranke kacke echt Boi Boi Scheiße Nein Ach man ich So Hehehe Es war klar dass ich das nicht schaffe Das ist echt zu schnell jetzt Da musst du aber richtig schnell reagieren jetzt Komm Hm Komm Hm Es ist Richtig ihr könnt mich mal kommen ich stell das runter Wofür man das eigentlich auch reinstecken kann Ja Es ist Tempo aber ich bin zu blöd Nein Hehehe Oh man ey Oh ich sag dazu gar nichts mehr Boah Hehehe Scheiße ey Ach komm Nein Es hat doch geklappt eben Nein Nicht aufhören zu drücken dann Ach komm Ja Jetzt ist es schon einfacher ein wenig Boah Boah Aber es wechseln in meinen dire- Von den Richtungen Scheiße ey Hehehe Aber das ist ja bekloppt Jetzt machen wir das Nein Jo Gorn Steh immer wieder runter Hehehe Hey da kommt ja gar nichts Ach da jetzt Das ist langsam genug aber ich schaff das nicht Das ist auch geil dass du hier die Geschwindigkeit einstellen kannst Ja toll Was ist das letzte Level Ja ist klar Kannst mich mal Ja Fangen wir mal auf klein an Ja Ich bin so blöd Achja Schon langsam genug eingestellt und dann hau ich trotzdem da voll gegen Hehehe War ich zu schnell oder was Boah ey Das ist echt das krankeste Level Nein Mann ey ich will hier mehr schaffen Komm Bisschen schneller machen Ach die Zeit läuft auch in dem Entsprechend lang Also schnell Sah zumindest so aus Ne doch nicht Nea nea Ja ne ist klar ihr kennt mich mal Echt Wer soll das denn schaffen bitteschön Hehehe Ach komm Toll da habe ich eben außerdem das Spiel wieder endet Kann passieren Ähm Wir probieren mal das nochmal Ja ist klar Du 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 Yeah yeah La 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 Nein Hehehe Oh Mexico Probieren wir nochmal wie weit wir hier kommen Achja Auf den nimmt er jetzt auch auf Hm 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 Man das war jetzt einfach das Level Du 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 Yeah 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 Hm hm Mal sehen wie weit ich hier komme Boah ey Den richtig in die Position kriegen ist kacke Oh 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 Du musst du richtig Leicht drücken immer Hehehe Hm 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 Konzentration Konzentration. So kann es bleiben. Scheiße war das knapp eben. So krank das Spiel. Ich weiß gar nicht wie weit ich vorher hier gekommen bin. Ob ich bis hierhin gekommen bin? Weiß ich nicht. Wow. Das war knapp eben. Die Farben zurückziehen auch überhaupt nicht. Nö. Oh Mann ey. Yay. Toll. Neuer Rekord. So und ich würde sagen, Benny hier ist das Spiel und bis zum nächsten Spiel von mir. Ciao ciao. So. 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 Hmm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.